Ich habe ein tägliches Anliegen, was ich vor Gott ausbreite. Und das ist, dass er mir sein Wort aufschließt. Dass der Heilige Geist mir ein Verständnis für das Wort Gottes gibt. Dass ich weiß, wie ich das Wort Gottes in meinen Alltag ganz praktisch, ganz persönlich einbauen kann. Und dass dieses Wort ein tiefes Fundament in meinem Leben legt. Dass ich fest darauf stehen kann. Dass wenn Situationen kommen, die schwierig sind, die wirklich kompliziert sind, dass ich ganz fest darauf stehen kann. Dass ich weiß, das Wort Gottes trägt mich. Es ist so wichtig, dass wir unseren Gott kennen. Dass wir das Wort Gottes kennen. Und dass wir das wirklich aussprechen in unserem Leben. Ich habe in der Bibel wieder ganz neu die Geschichte um Daniel herum gelesen. Da gibt es einen Satz, den Daniel auszeichnete. Da heißt es nämlich, weil er auf seinen Gott vertraute. Daniel war in einer sehr schwierigen, in einer lebensbedrohlichen Situation. Er war in dieser Löwengrube. Und er war in dem Bewusstsein da reingegangen, mein Gott kann mich retten. Ich vertraue ihm, egal wie das hier ausgeht. Weil er auf seinen Gott vertraute. Das erfüllte ihn mit einer Stärke und mit einer Hoffnung auf Gott. Und das ist etwas, was ich lernen möchte. Auf Gott zu vertrauen. Mein Vertrauen in Jesus zu erweitern. Stark werden zu lassen. So dass ich es in Situationen, die schwierig sind, einbauen kann. Ich wünsche dir, dass du weißt, wer Gott für dich ist. Dass du weißt, wie deine Identität in Christus aussieht. Dass du dich unbedingt darauf verlassen kannst, dass das Wort Gottes wahr und wahrhaftig ist. Dass er dir Vertrauen in deinem Leben schenkt. Daniel kannte seinen Gott. Daniel vertraute seinem Gott. Und das ist etwas, was ich dir heute ganz neu empfehlen möchte. Diese Geschichte zu lesen, herauszuhören. Was sagt sie mir? Und dein Vertrauen ganz neu weit zu machen in Christus. Dass er dich führt. Dass der Heilige Geist dich leitet. Und dass du vorangehen kannst, auch durch schwierige Situationen. Weil du auf Gott vertraust. Vertrauen ist gefragt. Ich weiß, Gott hat mehr für dich. Vertrauen. Andest Strike. Mit deinem Leben. ührt man sich Order a convinced you will. encem hängt. Gerangier. Für dich. Quaps. 23. Verbald. Verbald. Es Authent. Verbald. Verbald. vin- Voir. Verbald. Foster triun. Grov. Serial.